Es gibt was aufs Ohr, eine Serien-Review als Mikrofazit. Beate, worum geht es denn in der Serie Sexy Beast? Sexy Beast ist das Prequel zu dem Film aus dem Jahr 2000 von Jonathan Glazer. Ein sehr erfolgreicher Film, cooler Film, hat auch Standards gesetzt in diesem Genre. Und sie setzen jetzt mit der Serie acht Jahre vor dem Film an, sozusagen den Anbeginn der ganzen Geschichte. Das ist das, worauf die Serie sich bezieht. Es geht darum, wie die Figuren angefangen haben in das Business. Es geht um Crime, es ist eine Crime-Serie, ein Thriller. Wie soll man es nennen? Mobsters irgendwie in London. Die klassisch, wie es immer geht, Kriminalität. Leute, die Überfälle machen, die halt Gelegenheitsdiebstähle machen. All das, was man so eigentlich schon oft gesehen hat. Eine Gang, die eben sich im kriminellen Milieu bewegt und dort ihre Aktivitäten vollzieht. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Kanntest du den Film schon? Ja klar, also den Film kannte ich, da spielt ja auch Ben Kingsley mit. Und das war wirklich besonders, weil die Chemie, also die Dynamik, die diese Beziehung von Gell und Don hatten, war sehr komplex und besonders. Und sie war ja auch eine Person, also sie ist eine Person, die eben im Porno-Business arbeitet. Und man sieht eben jetzt die Anfänge, wie sie ganz normale Porno-Darstellerin war und wie sie sich dann aber auch durchsetzt und davon befreit. Und versucht, ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht von Männern zu diktieren zu lassen, wie sie ihren Job zu machen hat. Und sie versucht, sich durchzusetzen und ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigene Firma zu gründen. Das ist jetzt das, was die weibliche Hauptfigur angeht, die mir auch am besten gefällt. Und gibt es denn Darsteller, die im Film mitgemacht haben, die jetzt auch in der Serie stattfinden? Nee, also es sind andere Leute. Also es sind ja wesentlich jünger, es sind andere Schauspieler, die man da jetzt zu sehen bekommt, die die Rollen jetzt irgendwie übernehmen. Stephen Moyet zum Beispiel kennt man ja aus, True Blood nur mal als ein Beispiel. Wie hat denn dir die Serie Sexy Beast gefallen? Eigentlich gar nicht. Also wenn man den Film kennt, wo die Chemie besonders war, die Story ist völlig vereinfacht. Und was mich am meisten stört, wenn man Gewalt nur der Gewalt wegen wie einsetzt. Also sie wird ständig so, die benutzen die wie so ein Stilelement. Und ich frage mich immer, warum? Das ist doch gar nicht notwendig. Klar gibt es Gewalt in vielen kriminellen Vereinigungen natürlich. Das ist ja bekannt. Aber die Art und Weise, wie sie sie in der Serie eingesetzt haben, ich weiß überhaupt nicht, warum. Und du hast halt irgendwie das Gefühl, dass die ist alles so vereinfacht. Die Story ist total vereinfacht. Es fehlt auch die Chemie, die so toll war eben in diesem Film zwischen den beiden Hauptfiguren. Und die ist jetzt, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht da. Und ich weiß nicht, was das soll. Also ich halte die Serie eigentlich für überflüssig, wenn es den Film gegeben hat. Und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwas dazu beiträgt, dieses Universum, was der Film geschaffen hat, zu erweitern oder zu verbessern. Das verstehe ich irgendwie nicht, was das soll. Würdest du die Serie anders sehen? Würdest du den Film nicht kennen? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Ich würde es wahrscheinlich so hinnehmen als, naja, schon wieder so ein Versuch, so ein englisches Mobster-Drama zu drehen, was coole Musik hat und was so ein Zeitgeist auch transportiert aus dieser Zeit. Das spielt ja irgendwie 92. Aber wie gesagt, ich kann immer noch, es ist halt so Stereotyp, so London-Gangst, die halt irgendwie ihre kriminellen Aktivitäten irgendwie durchführen. Und aber ohne wirkliche Seele und ohne, ja, irgendwie echte Inhalte oder echte Geschichte. Und die Dynamik eben in dieser Beziehung, die in dem Film so toll war, die ist, finde ich, überhaupt nicht gegeben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die damit sollten. Und es ist, es hat ja, englische Sachen haben ja oft auch so einen coolen Humor und nicht mal den sehe ich irgendwie richtig. Also es ist alles so Stereotyp, weil der Glazer-Film ist schon so ein bisschen so ein kleines Meisterwerk und das haben die irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Also mich ärgert das. Ich würde den Leuten einfach sagen, guckt euch den Film an und spart euch die Serie. Und wenn du jetzt nach Highlights fragst, Highlights ist für mich wirklich nur der Aspekt, dass eben die weibliche Hauptdarstellerin sich versucht, gegen das Patriarchat aufzulehnen und in dieser Pornobranche ihren eigenen Weg zu gehen und sich durchzusetzen und zu sagen, nee, ich mache die Regeln. Nicht ihr. Das läuft hier nach meinen Regeln. Das ist der einzige Aspekt, der mir gefällt. Sonst eigentlich nicht viel. Und schauspielerische Leistung? Ja, schon okay, aber jetzt auch nicht besonders. Also die Person, Sarah Green, die Didi spielt, die ist, finde ich, am interessantesten. Aber ich finde, dass James McArdle, der den Gal spielt, überhaupt nicht, also er kommt da nicht mit, mit ihrer Qualität. Und er ist ja auch der große Schwachpunkt und er ist der Hauptdarsteller. Für wen könnte diese Serie dann was sein? Ja, die Leute, die Gangsterfilme mögen, Leute, die London Crime irgendwie mögen, die 90er Jahre mit ihrer Ästhetik und der Musik irgendwie mögen, für die Leute vielleicht. Aber Humor hat die Serie nicht? Also es ist eher schon Drama, Crime? Ja, es ist eben wie ein Thriller und Crime. Sie hat zu wenig Humor für eine Serie, die in London in den 90ern irgendwie spielt. Was ist deine Bewertung? Meine Bewertung ist 5 von 10 Goldblums. Die Bewertung ist 5 von 10 Goldblums.